So, bei mir ist es fertig mit Laden. So, ich zieh gleich los. Box holen. Was ist eine Box holen? Loks holen. Ah. So, jetzt sind die Steine auch wieder weg. Wär schön. Also, ich bin weg. Hä, wo ist noch Mario? Weg. Mario? Ja. Mario? Ich hab den Stein nicht mehr. Zwei Steine allein im Wald. Sehen wir durch. Oh, hier. Wie lautet Ihr Name? Mein Name ist Bond. James Bond. Und Ihr Name? Mein Name ist Stein. Einstein. Da ist nichts. So, ich hol mir gleich wieder an. Aloe. Trinkelblumen. 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 Trinkelblumen tragen. Ja, zwei. Schli. Nicht weglaufen. Roher Hase. Geil. Insider. Aus meinen Videos. Gregor Gas Drittes. Müsst doch mal gegen. Das ist doch ein hoher Hase. Ach, da ist ja noch Werbung. Ich spreche gleich die Aufnahme ab. Warte mal, wir gehen da Quatsch hier. Billige kleine Werbung. Ja. Ähm. Ähm. Ja? Alter, ich bin grad voll durch die Luft geflogen. Nur weil ich mit dem Schlitten über einem Busch durchgefahren bin. Bist du tot? Nee, aber ich hab ne halbe und halbe AB verloren. Ja, das Spiel, man merkt schon, das ist über die letzten 100 Jahre sehr gut gefixt worden. Wie alt ist das Spiel? Äh. 2012 kam das glaube ich raus. 10 Jahre, ja. Naja. Der Mole war wieder am Berg. Aber. Wenn du dir die ersten Folgen vom Kronken anguckst, bevor es alter was da abgeht. Ah, du machst schon wieder Werbung. Was siehste? Ja. Immer. Nee, für den nicht. So. Nee, aber was da an Bugs abgeht. Holy shit, ey. Boah, das war ja richtig schlimm am Anfang. Ich hatte es ja auch sehr früh gespielt. Da hatte ich einfach unendlich Hände im Inventor. Da konnte ich unendlich Effigies spawnen. Was? Ich konnte unendlich Effigies spawnen, weil ich unendlich Hände hatte. Ich hatte nie Füße, die konnte ich irgendwie nicht sammeln. Aber ich hatte unendlich Hände. Da habe ich alles voll mit solchen Hand Effigies spawnen. Die Geworne, die einfach in der Luft fliegen und unten am Wasserboden einfach langlaufen. Natürlich nicht ertrinken und dein Charakter, der dann plötzlich einfach mal durch die Luft fliegt. Ach, da gab es so viel. Dann kriegst du mir eine helfende Hand und dann fackst du einfach 100 Hände auf den. Oh, aus dem Wetter. Das erinnert mich ja an. Ich stirb nicht zu langsam. Geben sie mir die Hand. Ja, nee, nee, das war doch. Nee, ich stirb nicht zu langsam. Wo die die Hand haben. Geben sie mir doch endlich die Hand. Ach so, ich dachte du mein Scary Movie 2. Nee, ich stirb nicht zu langsam. Hat den da rumschleudert. Ach ja, die Pfosten immer wieder. Mit der Platte. Nur weh erschlagen, schade. Boah. Warum? Schmeiß ich die Zwehe klein mal runter. Erschlagungsweh. Ja. Mann, was ist denn noch mit uns? Können wir zusammenfücken? So eine Mutti hier. Ich will das hätten sehen. Ich habe einfach ein Drittel meiner AP verloren. Das steht scheiß. Da kommt der geilste Bug trotzdem, also was heißt der geilste, aber der dümmste Bug, den wir jeweils hatten, war immer noch bei Seven Days, mit dem Fahrrad. Oder mit dem Motorrad war das noch, das Minibike. Das war wirklich der schlimmste Bug ever, ey. Seven Days macht da wirklich... Und die Zaubersteine. Setzt neue Maßstäbe in Sachen Bugs. Naja, ich hab nur einen Bug, der lässt sich auch nicht beheben, also das ist einfach so drin von dem Alpha Alpha 20, dass dieses, wie hieß den, Rathaus, sag ich jetzt mal, ne, wisst ihr was ich meine? Das ist bei mir einfach, hab ich ja mal ein Bild geschickt, komplett aufgelöst, da gibt's keine Quest mehr, das kannst du nicht betreten, da fällst du aus der Korte, das sind einfach nur schwebende Blöcke, komplett zerstört. Muss ich immer außen rum fahren, sehr schade, weil das ist doch ein geiles Gebäude. Na ja, der Moll. Das war's. Oder das soll so sein. Hm, dann soll ich 10 Steine sammeln und 20 Stücke. Also 10 mal ein Mario sammeln, ey, das ist schon krass. Ich bin ein Stein. Nee, du bist nicht ein Stein. Ein Stein. Ich bin Albert Mutantenstein. Ich bin ein Stein. Ich guck mal, ob ich es noch schaffe, noch ein paar Blocks zu sammeln. Ja, ich bin ja gerade... Oder die hier antanzen. Ähm. Ich höre einen, Moment. Bilder, ist das jetzt gerade schnell dunkel geworden. Wo ist er denn? Ist ein Bett hier welche? Ja, jetzt kommt die von der anderen Seite nämlich, wo wir bauen. Haha. Wo sind sie? Ich seh nichts. Also einfach mal weiter. Ich höre es nur atmen. Ah! Alter! Wo weg? Alleine! Dann, dann weg. Hab ich. Ich wollte aber Bubis. Boah, 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 boah. Kann man das einstellen, dass hier nur Weiber kommen? Boah! Äh. Äh, bei mir ist auch einer. Das ist ein Kildkasten. Gebäude zerstören ist ja aus, ne? Ja. Bester Mann. Rinkelblume. 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 Schön, das Fleisch kneten. Nein. Doch. Ich hab mir unseren Wagen rumgeschmissen. Da ist wieder voll der Baum drauf. Ah, die Knochenkiste ist schon voll. Wie gut sind wir? Ah, ich zeichne dann ein bisschen an. Wir müssen dann gleich pennen und dann... ...ins helle ist, zeichne ich mal alles mögliche an. Jetzt mach ich erst die Mauer fertig, dass wir wirklich in Ruhe bauen können. Oh, ihr habt Pflanze entdeckt. Blume. Blume, die stinkt. Die stinkt, die Blume. Sag ja mal Lume. Oh, bei mir ist einer. Oh, bei mir sind drei, holy shit. Ja, das war's. Tschüss, leb wohl, es war schön. Soll ich mit hochkommen? Ja, wäre ganz gut. Warte, auf den Weg. Einer ist tot. Ich ziehe jetzt mal hier außen rum. Ah, du bist ja eh. Die anderen haben Angst. Ich komme jetzt trotzdem mit hoch. Ah, hier ist eine Nacktie für dich. Oh. Boobies. Immer gut, immer gut. Immer, immer. Hä, sind die jetzt abgehauen? Einer steht noch der eine. Ich finde den Weg nicht. Ich bin klein. Hier, ne? Ja, Bestorm, Mann. Nee. Da ist noch ein Häuptling. Doch. Komm mal. Wo ist denn der Nacktie? Oh, hier. Komm her. Ich komme wieder in. Hallo. Boobies. 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 Ähm, was machst du denn da, du scheiß Häuptling? Alter, da ist an meinem Schwerhaus gewesen. Boobies. Weg für noch, ne? Boobies. Boopies. Hässliche Günter. Boobies. Und fällt. Achtung. Uh, und? Nö, das macht den gar nichts aus. Der ist voll auf den drauf eigentlich. Er kommt. Jetzt knallt's hier. Das war's. Ich hab mein Speer irgendwo hingeworfen, weil der Sack ausgeglichen ist. Au. War noch ein. Oder? Ja, da ist noch einer mit Licht. Ah, da. Ich hab grad keinen Speer. Schlüssel. Komm, noch eine. Was ist denn hier los? Warte, die Arschlag ist. Bubis. So, nehmen wir noch die Loks mit und dann kommen wir ja pinnen. Nehmen wir die alte mit, verbrenn ich. Ich nehm die alte mit, die verbrenn ich. Ohohohohoho. Das ist ja los, ey. So. Das ist ja vorne runter, ne? Meine Rüstung ist schon komplett weg. Meine Ohr. Ohohohoho. Ah ja. Deswegen schön Knochen weiter sammeln. Zeichne ich jetzt an. Ohohohoho. Wo sind die? Ohohohoho. Ohohohoho. Okay. 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 Und den Speer muss ich mir auch machen. Und den Speer muss ich mir auch machen. Hast du ihn geworfen, ne? Ja. Und der ist ausgewichen, der Sack. Mal hatte ich ihn getroffen. So. Heute gibts gebratene Brust. So. Ich komm mit runter. So. Erstmal abwaschen. Boobies. Jetzt wasch doch mal die Scheiße ab. Geh doch. So. Erstmal pennen und dann esse ich was. Ja. Hast du ja noch Stöcke? Guck mal. Ich hab genug. Sobal. Ach. Immer schön. Oh. Erstmal pennen. Ja. Dann esse ich was. Vielleicht noch ein Regal anzeichnen. Natürlich. Hä? Du weißt doch wie viele wir hatten. War doch alles voll. Hä? Hä? Und speichern. Hm. Ich glaub. Bis was kommt. Dann lass ich das mal mit dem Speer. Ich kämpf jetzt mal ein bisschen mit dem Schädel hier. Hä? Hä? Nein. Nein. So. Kann ich mir noch was... Oh, Hase. Verdorben. Dann hauen wir die mal weg. Verdorben. 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 Das hat jetzt komischerweise geheilt. Das getrocknete. Hm. Keine Ahnung. So. So, Loks. Sind sie da da? Ja, da haue ich noch zwei Echsen drauf. Müssten noch da sein nach dem Pen. Und nachher Fasmus. Oh, hier ist es wieder Sinn. Marco, nachher schön Fasmus. Ja. Ich versteck mich nicht mehr bei dir. Hä? Ähm. Jetzt. Ja. Jetzt müsste sie so hinhauen. Mh. Mh. Das... Die Echsen haben mich jetzt wieder nicht geheilt. Warum auch immer. So. So. Warte mal. Häuschen noch anzeichnen. Komm, ich zeichne jetzt erstmal ein bisschen an. Mh. Die Loks spawnen ja jetzt nicht gleich weg. Äh. Wo waren dieses... Na, ist ein Fall. Können wir da auch mal bauen, hm? Das ist ja dann random, ne? Da ist dann halt einfach einer drin, oder? Oh. Lokhütte hier hin. Mal gucken, wie wir dann da hochkommen. Hm. 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 Vogelhäuschen. Ähm. Hm. Komm, das machen wir später an die Blockhütte. Das passt vielleicht, hm? Ja. Gut. Ich mach jetzt die Mauer fertig. Die Mauer muss her. Die Mauer muss her. Hohoho. Nein, niemand hat die Absicht, deine Mauer zu bauen. Nein. Hör auf. Nein. Ich mach es nicht. Wenn man immer wieder Blocken drückt, macht der die ganze Zeit Hohohohohohohoho. Na, da ist der gerade auf der Alten drauf. Ja, die haut man mit dem Knüppel. Oh. Oh. Oh, Fleischpätsche. Ja, la, la. Der Aladin. Oh. Fleischknüppel. Der Thüringer Bockwurst. Oha. Äh. Aha. Bleib mal zu machen, jo. Jetzt ist nämlich Schluss. Jetzt knallt's hier richtig. Oh, ich freu mich noch auf die Fallen. Das wird gut. Da geht der Krieg los. Lalalala. Achso, wie heißt denn das? Pfeilkorb brauchen wir auch. Dass wir einfach mal genug haben, genau. Kann man ja alles mal vorbereiten. Kann man ja auf Screen alles mal bauen, dass man wirklich für solche großen Ausflüge bereit ist. Das kann man ja ruhig mal machen. Jetzt ein paar Zähne an meiner Keule an. Boah, es ist schon creepy, ne? Manche, oh, Alter, haben die hier die Bolzen, den in den Oberkiefer gehackt. Boah, das sieht schon... Aber jetzt, wo wir es wieder angefangen haben, es macht nach wie vor richtig Laune, das Game. Also, es ist einfach so. Ja. Es ist eins der besten Survival-Spiele, immer noch. Ich lieb's. Ich hab's lieb. Ich hab's lieb. So, da ist meine Keule zwar jetzt richtig langsam, aber die macht so viel Schaden, ey. Kann ich den Speer auch nochmal verbessern? Nee, ne? Den leider nicht. Ja, den war nur... So, jetzt auf Maximum. Braucht man hier? 104 Loks. Alter. Warum? Was willst du denn damit? Ja, das Haus. Ja, aber wofür? Einfach so? Einfach so? Ja, ja. Macht man doch, wenn man irgendwo abgestürzt ist. Einfach so in den Haus bauen. Ich hätte lieber die Türme gebaut, zum hoch und rüber klettern. Willst du da unten machen? Hä? Gämmt's doch nicht eilig. Doch. Nur noch eine Aufnahme. Boah. Ja, weiss nicht, wie folgend das wäre, ne? Mal gucken. Mein längstes, ich sag mal, Let's Play ist ja bisher immer noch Fallout. Ja, das warst du ja auch noch ewig nicht fertig. Das ist ja ein Riesenspiel. Mh. Alter, muss ich halt wirklich Bock zu haben, dass ich das weiter dann aufnehme. Werde schon weiter dann aufnehmen. Dann ändert doch einfach mal kurzzeitig die Beschreibung der Play ist. Du schreibst in Klammern pausiert. Mh, kann ich machen. Wenn das noch einer guckt, ist der WSA. Das wird schon irgendwann... Ja, das ist jetzt relativ unspektakulär. Ja, das gehört bei Fall ist nun mal mit dazu. Ich finde das jetzt nicht schlimm hier. Oh, und Quatschfolgen. Die große Axt könnten wir gebrauchen oder der Kettensee. Da würde das so viel schneller gehen. Ah, die große Axt ist cool. Da gibt es ja zwei. Die rostige und dann die... Die gute, die moderne. Es gab doch eine Maräte, ne? Katana gab es. Na, Katana. Das ist bestimmt Beste, oder? Vom Schaden her ist das... Oh. Jetzt kann ich mal den Knüppel testen, den neuen. Sag mal ja. Ein Treffer, zwei... Drei Treffer brauche ich für ihn. Bester, Mann. Dann liegt er schon. Der Knüppel einfach so viel Schaden macht, ey. Kannst hier rumschreien, wie du willst, du Affen, Jonas. Ja, hä. Setze ich schon mal einen File-Corp. Und ein Stocklager, hä? Können wir auch gleich machen. Komm. Hör mal, ich besetze jetzt einiges. Pass auf. Ich fliege schon wieder durch die Luft. Ich glaube, ich bin tot. Ne, ganz knapp. Alter, du darfst mit diesem... Wagen nicht durch die Büsche fahren, ey. Fast tot. Wollte ich doch gar nicht. Wollte das doch anders. Ah, ja. Wollte mal. Ähm... Ja, komm, ja. Ja. Rotate. Machen wir mal hier die Stocklager noch hin. Hier gleich noch ein File-Corp. Steinlager brauchen wir jetzt nicht zwingend, oder? Äh? Ein Steinlager brauchen wir jetzt nicht zwingend, oder? Keine Ahnung, ob du noch aus Stein irgendwas bauen willst. Du könntest es ruhig aufbauen. Weil Steine haben wir ja sowieso immer. Maximum mal einstecken, dann haben wir sie gleich. Aber Rüstungsgestell, dass wir dann so, ähm... Grad die Mutantenrüstung ein bisschen sammeln, ne? Ach komm, ich baue alles jetzt hier. Pass auf. Ja, Rüstungsgestell. Die baue ich wieder hier vorne hin. Ähm... Oh, da kommen die Loks. Sehr schön. Ja, ich muss aber mit runter, weil ich fast tot bin. Ich denke, Scheiß-Bug, ey. Ich hoffe, dass ich jetzt schneide. Wenn ich mir das Essen mache. Jetzt wird hier alles angezeichnet. Haha. Machen wir wieder zwei. Reicht. So. So, kann ich die Stöcke immer wieder ablegen. Das ist gut. Ja. Pfeilkorb. Machen wir hier vorne mit hin. Machen wir mal... hier hin. Wie viele Pfeile ging da rein? Weißt du das noch? Ähm... Auch ziemlich viele. 50 Stück oder so. Wie bei den Knochen. Ja, reicht ein Korb, oder? Ich weiß es nicht. Frühabend mal. So. Ich mache die Loks. Aber warte mal. Was brauchen wir noch? Ähm... Was? Komm, noch ein Knochenkorb. Einfach... Ein bisschen hat es geheilt. Einfach wegen mir, weil ich viel Rüstung brauchen werde. So. Ich brate mir auch was. Mach du erst mal schön. Oder warte, ich hänge... Hä? Ich habe doch Fleisch. Ja. Ich kann das aber nicht aufhängen. Ach, das geht nur mit großem Fleisch, ne? Aufhängen kannst du nur großes, ja. Ah, gut. Deswegen. Hm... Schön. Oh, schön. Also ich wäre trotzdem dafür. Wenn wir das mal fertig haben, Greenhell zusammen. Ich würde das so gerne mal wieder spielen. Kommen wir da nur nochmal zweimal kleines Fleisch drauf. Da kann man schön looten, Marco. Da kannst du wenigstens so eine Kiste dann bauen. Kisten. Wo du das so richtig reinguckst und das so reinlegst und rausnimmst. Das Essen fertig. Hm. Hm. So. Was bauen wir denn noch? Hm. Ach, noch einen Schrank. Wir werden doch lieber... Ja, Bögen. Ja, Bögen. Auch nur unbedingt den modernen, ey. So. Ist das so? Ah. Oh, wie so eine Einkaufspassage mache ich das? Jetzt kommt die hier. Wenn man hier so dazwischen steht, kann man an beiden Seiten gucken. So. Weiter geht's. Ach, die Mauer. Die Mauer muss her. Die Mauer muss her. Wir sind das Volk. Genau, wir sind das einzige Volk hier. Hm. Kleinste Republik mit zwei Leuten. Hm. Siehst du, wir haben beide das Sagen. Ja. Nicht nur einer alleine, der hier denkt, der ist irgendwie Hitler oder so. Ha 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 ha. Ja. Oh. Das war schön viel Fleisch wieder kneten hier. Oh Mann. Wie viele Fäder haben wir denn jetzt? 24 Fäder. Das wird langsam. Ich hab jetzt 45 noch. Aber ich hab auch ein paar Pfeile wieder. 19 Stück. So. Ich komm mal kurz mit hoch. Da kann ich gleich noch ein paar Sticky Sticks mit holen. Iggy Stickmann. Hm. Stock für Puck. Hahaha. Da ist nicht. Ja, der Speer steht wieder hier. Hm. Da haben wir, brauchen wir, also wenn wir da eh verlieren. Kann ich mit, kann ich den kleinen nehmen. Stimmt. Oh! 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 Den Merwein dort ey! Aber wir stehen dazu! La la la! Aladin! Aber der Wald hier ist komplett weg ne? Wir müssen immer weiterhaken! Wie lange dauert denn das? Ähm na pro Nacht werden für bis 10% der Bäume wieder hergestellt. Die abgeholt sind. Trinkelblume! Ah, ich sammle gleich noch ein paar Bären. Wie viele waren es? 30 hast du gesagt. 30 Stück. Da kommt das am Ende. Einfach, dass ich es schon mal hab, wenn wir mal wieder länger unterwegs sind. Da ist wieder eh noch. Ach! Den schnapp ich mir jetzt gleich. Ringkelblume! Ja, was ist denn los? Meine Waffe ist gut zu starten, Wichser! Oh! So! So! Damit ist der Beutel voll! Ey du tot! Die Waffe ist so geil ey! Das war's! Oh! 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 Das war's! Oh! 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 Komm mal schnell. Aua! 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 Und du wiegst? Hallo Freunde! Hallo Freunde! Möp 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 bübis! gleich wieder verbrennen die dinger fliegen hier bei mir schon wieder rum ich sehe deine leiche gar nicht du kannst meine leiche ja auch gar nicht sehen ich bin ja noch keine leiche ein alkohol habe ich das vielleicht doch vorhin ins regal gestellt das kann auch sein ich habe gerade in soda aufgehoben wenn der tag rum ist dann machen wir mal die groß und das große lager von denen ganz viel stoff sammeln oder aus menschen da gibt es ja auch so ein bisschen zeug mache ich das hier warte mal ich glaube ich bin ziehen und da ist bei denen ja auch eine höhle stimmt bei dem das war die höhle mit dem kompass direkt rüber klettersten da gleich den kompass findest einste wirklich und wirklich ja aber rink rinkelblume rink mein ding rinkelblume boah eine menge lox das reicht das war mal da kriege ich doch die mauer ich nicht rinkelblume nicht dass die an der basis gespawnt worden das wäre ja mies schlägen wir mal fleisch drauf ich auch noch ein klei allein gelagert Wir lagern alles ein. Wir lagern auch dich ein, wenn du hier vorbeikommst, ja? Dich, Zuschauer. Die zwei, die hier zuschauen. Oh ja, jetzt kann ich mich besser heilen hier. Das funktioniert. Okay, scheinbar kommt es darauf an, was hier ein Fleisch man drauflegt. Also Hasenschein zu heilen und auch das vom Wildschwein. Okay. Dann mache ich mir jetzt auch so ein Fleisch. Jetzt bin ich nämlich wieder voll. Ich gucke mal, ob ich noch ein paar Bäume hinkriege, bevor es dunkel wird. Ich fache alles abgehäuft da oben, ey. Ach, du hast doch hier schon eine Lampe gebaut. Jo. Ja, weil wir doch eh immer genug Schädel haben. Schädel. Dann fliege ich jetzt gleich wieder durch die Luft. Hm, Fleisch kneten. Hm, Seidenberam. Wie schnell das dunkel wird, ne? Ja. Alter Schwede. Richtig gut. Timberam. Ja. 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 Das wäre in deine Fresse, ey. Zieh dich. Spawnen ganz schön viele, ne? Ja, hier ist schon wieder einer. Gleich umgenetzt. Weg ist er. Eine Chance. Er macht so einen Schaden, der Knöppel. Knochenknöppel. Knöppel. Knöppel. Er fällt langsam, aber da macht zu viel Schaden, ey. Malerleute bin ich auch ein Freund von schnellen Waffen hier. Mir ist aber aufgefallen, dass das gar nicht so viel bringt. Weil die verbrauchen genauso viel Ausdauer wie eine schwere Waffe. Das heißt, nach ein paar Schlägen ist deine Ausdauer leer. Hm. Lieber wenigstens noch so eine große Waffe. Oh, nur noch 5 Locks, dann sind wir erstmal hier drinne. Na gut. Ich spring gleich welche. Tür müssen wir dann halt immer zumachen, wenn wir hier sind. Lüften Stickys sein. So. Noch ein paar Locks. Ist der Fuhrer, kommt gleich. Können wir dann erstmal Penn- und Aufnahmepause machen. Also hier Aufnahme. In 30 Minuten. Da haben wir es dann wieder, dass es einen Tag wird, denke ich mal. Oh, ne. Wo? Bleibt mal schön hinter der Mauer. Sind wir noch hinter der Mauer? Hier. Eine Seite ist halt noch auf. Das ist der letzte. Ich baue das jetzt schnell vor der Nase zu. So. Bin unterwegs mit dem Locks. Ne, die sind schon drinnen. Scheiße. Hm. Komm her. Ja. Du Jakob. Bei mir ist auch gerade einer. Ja, dann haue ich die alte Zähne auch raus, mein Freund. Komm her. Was ist denn das? Oh, 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 oh. Brauchst du nicht rumhören. So. Hopp. Hä, wieso kann ich die nicht mitnehmen? Jetzt. Puh. Immer Knochen. Immer. Ich brauche nämlich eine Milliarde Rüstung, damit ich überhaupt mal eine Höhle schaffe. Das ist ja nur die Wahrheit. Das ist einfach nur die Wahrheit. So. Wo habe ich denn die Locks jetzt hingeschmissen? Ich dachte, ich komme schon wieder welche. Das sind bloß die Locks, die runterkommen. Ah. So. Und dann kommen wir pennen. Denke ich mal. Okay. Ich steche. Ich steche. Ich steche. was willst du dann fast mal aufnehmen oder haben wir machen noch eine folge zur abwechslung wo man dann jetzt mal in das dorf gehen noch mal schnell die loks haben wir mal wieder eine abwechslung von dem ganzen hin-und-her-geräte ja das ist aber bei ihm beim haus jetzt auch schon die schränke ja gut haben wir beim haus jetzt auch schon etwas können kann man richtig schluten dann war ich erschrocken weil ich merke dann ist einer noch habe ich weiß auch mal einen einlog wenigstens in mein haus jeder trotzdem schnell vorwärts ja nur das war 60 70 folgen wenn wir sagen wir waren damals auch bei Tag 50 okay erst mal gleich dann kann man noch nicht hast du noch was wichtiges zu sagen äh Buch Buch guck ich noch mal in meine Werte wie es da eigentlich jetzt aussieht ich bin infiziert finde Aloe Vera um dich zu heilen äh ich muss Aloe Vera essen brauchst du? fuck ne ne hab alles gut ne Stärke ging da ein bisschen runter alter ok Stärke 25,4 Athletik 23,9 wie ist das denn bei dir? warte mal wo sehe ich denn das? ob ich vergiftet bin ne momentaner Zustand gut ähm Stärke 22,2 Athletik 23,8 ja Athletik sind wir fast gleich aber Stärke ist bei mir viel höher die ist bei mir bei 25 schon vielleicht wegen dem Holzhacken auch denk ich mal hm machst ja viel dieses da machst du dann sozusagen mehr Schaden und bei Athletik hältst du länger durch ich glaube da geht er aus da nicht mehr so schnell runter oder nicht mehr ganz so schnell runter bei Athletik ok jetzt kann man ab hin ist klar und speichern und dann wird's raus Aufnahmepause genau alles klar dann sag ich schon mal bis zur nächsten Folge tschüss ciao up